Gut ist es ¡Huaaaaaaaa! huaah Ok Wow Ja, vielleicht denn es du drüben bleiben soll, ne? Ja, vielleicht lässt du dich übrigens... == Lässt du dich einfach um, weil du keine Portale gesetzt hast bisher Doch habe ich das Nein, da hast du nicht Nein, da hast du nicht! Du hast den Fehler gemacht, du bist mitgekommen. Jetzt verpetzt dich. Drück mal Tab. Ich seh's grad, ja. Kleiner Befehl. Hat du dich verlaufen? Mann Junge, jetzt bring dich um. Ja bring du dich doch um, ich will dich die ganze Zeit sterben. Ja, ich denk fest. Ach so. Die laufende Befehl, Alter. Nyauuu. Boa Junge. Maxi, jetzt bring dich um. Boa Alter, das klingt so gemein. Bring dich um. Mit dem Würfel, okay. Ah, ah. Hey, komm, wir sind guter. Du bist so ein Arsch, ne? Nein. Sanford, weißt du das eigentlich? Alter, sag mal, ist das dein Scheiß-Ernst? Ohne Witz, Alter, ne? Ja, wie du mir, so ich dir, ne? Du hättest nur auf den Scheiß-Knopf drücken müssen. Und das wär's gewesen. Nuh. Dann hätt ich den Würfel da gehabt. Huh. Näh. Hahahaha. Ja. 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 Jum, 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 jum. Ich fick den Würfel durch. Ja. Ja. Doch weggehen. Ich stieg dagegen nicht. Hehehe. Noch rein. Würfel, komm zu Daddy. Raberwürfel. Geil, dass ich jetzt nicht wegkomme, ne? Du bist so ein Idiot Ohohoho, der Skiller Der Skiller Nein Aha Nächsten sagst du wahrscheinlich auch andersrum Orange, du bist verliebt, ich helfe dir Wahrscheinlich Wahrscheinlich Warst du eigentlich Viertelstundenparts dann daraus, oder was? 20 Minuten Wir haben jetzt sechs Stunden, äh, quatsch, sechs Stunden, sag ich schon Zwei Stunden sind wir jetzt dran, oder? Kannst du etwas sagen? Ne, drei Also Stream läuft seit drei Stunden Nein, nein, nein Scheiße Ja, ne? Ein bisschen warten solltest du auf mich auch Nö Wir sind seit drei Stunden circa, das heißt ich hab acht Parts? Ne, neun, neun Parts So dann Und wir sind ja gerade nicht mal ganz durch Ja, ist halt ein kleines Projekt, ne? Ja, wir machen ja dann noch Community Maps Achso, echt jetzt? Ja, hatten wir doch so gemacht, oder nicht? Oh, scheiße, wo muss ich jetzt das andere hin machen? Ähm LOL Ich weiß aber, wo die hinten ist, die Portal Eins muss nicht da hin Das andere Guck jetzt warten Du musst es nochmal machen Total Das andere muss da hin Hm Aber das Ding fällt glaube ich vorher schon runter, kann das sein Ja 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 Dann Warte mal, wo muss das hin? Hallo, ich weiß wie Warte Easy Ja, oder so Ich hätte jetzt gedacht, ich muss mein Portal dann so hier hin machen Dass du halt von der Seite wieder durchfliegst, weißt du? Die Sache ist die Maxi, du hast ja auch recht, weil du musst ja auch irgendwie hierher kommen Ja Ja Das macht der Knopf Ah Wollen wir, jetzt muss ich runter, ne? Nein, 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 geh rauf, geh rauf, geh rauf So Warte noch kurz Ah ja, genau So Nein Geh runter Stirb Ha Hm Ah Oh, Community Maps, hab ich Warum fühlst du dich von Orange betrogen, wenn er diese furchtbaren Dinge über dich erzählt? Achso, ja Hätte Orange das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen Äh, Community Maps nehm ich nicht mehr auf Und lade es nicht auf Achso, ok Und die lassen wir mal irgendwie einen anderen Stream machen oder so Ich glaub Nach den ganzen Stand, nach den Stand der Sachen hier hab ich Erstmal genug von Portal 2 Hm Oder nach irgendwie Hast du vielleicht Battle Block Theater gemacht? Ich hab das nämlich nie so richtig gespielt Hm Wuii Boom Wo bist du? Drüben? Ok Ähm Und ich kann hier wieder rüber Ja, klar Ah, warte mal Guck mal Was macht der Knopf hier? Ach, der dreht das um, ok Die Sache ist Ah ne, ok Ne, guck mal, weil das geht da oben, geht so ein Ding an denn Hä? Achso, ja Jetzt Portale weg gehen halt, weißt du Ja, klar Wow Ha Wegen Battle Block Theater, ja können wir machen? Aber ich weiß nicht, ob noch heute Keine Ahnung Da muss ein Teleport Ding hin Äh, Portal hin Da? Ja, da musst du irgendwie Das Dings reinkriegen Ja, das muss ich so machen, so Du machst jetzt deins da hin Und deins da unten Ich mach einfach so Ja, genau Oh, warte Nein Das war richtig Das war richtig Willst du hier zu mir? Ne, den Knopf will ich hier Will Achso, oh Was machst du jetzt? Jetzt machst du das an, ok Das weiße Sache Äh, weißes Portal Äh, kommst du um gegen ne Wand? Da ist Exit Was bringt das jetzt da oben? Warte mal, ich guck mir das kurz an Ähm Ich muss nicht stehen bleiben Achso, von hier aus Komm ich ja da rauf Dagegen gesprungen, weißt du? Ja Aber was bringt das? Weißt du, ich mach das so? Achja, da, genau Ja, spring jetzt einfach mal Wieso? Da und Achso, ja, klar So, jetzt spring einfach mal Ne, wir brauchen Ah, ne, das war dumm Ja, ich bin da Doch, klar Bring dich mal um Ne, warte, ich komm nicht an Nein, 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 nein Du Ähm Doch, klar kannst du dich umbringen Ja? Ja Ne, warte, warte mal Wir machen das, ok Ja, ich weiß, du warst das Blue Tu nicht so stolz Doch So, jo, alles klar Hallo Erster Zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen euch Doch in meinen Versuchen euch zu entzweien, lernte ich etwas über Vertrauen und verrat Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle Also kann ich euch freuen You spin me right now, baby, right now Yeah Uah Äh, was macht das? Dreht das um, ja Ja, dreht das, ok Ist das durch? Ja, klar Ja, geh mal durch Andersrum, andersrum Oh Aber du musst durch so'n Ding dich durchmanivrieren Ach, du meinige Oh, Goldchen Ja, und ich muss dann immer steuern, ob du vor oder zurück musst Ja, warte So, ich muss jetzt erstmal gar nicht hier mein Portal und hier mein Portal setzen Dann geh ich hoch, genau Dann musst du nach rechts gucken Ähm, ja warte, 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 du musst gleich umswitchen Ja, ja, ich weiß Warte, welches Portal muss ich setzen? Lila, ok Bereit? Jo Jo Ok So, ja, über dir Über mir? Ja So, switch um Dann links von dir? Ja, ich seh es Umswitchen, glaub ich, ne? Nee, nee, nee Ok Der kam, ok, der geht, kam, ok Ok Den müssen wir abwarten, denn Kommt der immer zwischendurch mal runter, oder? Ja, der hat nen Timer Ah, ok, ja gut, ok Den müssen wir abwarten, einfach stumpf Hui Ja, dann musst du mich halt die ganze Zeit hin und her switchen, dass ich mich nicht bewege, weißt du? Nö, ja Puzzack 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 Ja, switchen Das war knapp, oder? Ja, weil ich grad, ich hab auf falsche Taste gedrückt Switchen Ja, da passiert ja nichts Wichtig ist jetzt bei dem Ding, der ist gerade hoch Warte nochmal kurz, genau Warte nochmal kurz, genau Ja, ok Wuhu Ja, ich hab's gesehen von hier aus Ähm Unter dir, glaub ich Ja, alles gut Ja, da kommt aber was Alter Fällt was raus Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst Ok Und switch, switch, switch Hu, ha, hi, hu, ha Puh Alter Ok Warte Nein Ok, doch, ja, alles gut Glaub ich Mein Kyuubi Ja, der kommt jetzt bei mir an Du geh mal weg Nitschke Ja Lass mich mit durch Soll ich mal dein Portal wegmachen? Hä? Dein Portal wegmachen Welches Portal? Na, dein hellblaues Nein Weil ich krieg den Cubix dann trotzdem, weil er grad bei mir erst so gewesen ist Bring ich mich halt um Ich kann mich hier nicht mehr umbringen Hör auf! Das würd mich jetzt halt mega interessieren, ob das geht Wohl, ne, ich krieg den doch nicht den Cubix, der ist denn da unten, ne? Da komm ich nicht ran Loll, da komm ich doch ran Hör jetzt auf Danke So, unter dir, da kannst du irgendwo hin Was ist denn da alles? Ja Das ist eine weiße Fläche, ne? Oder da muss ich mein Portal hinsetzen Unter dir ist der Würfel Nein Kommt nicht an Ja Hab ihn Ja, du musst mich Nein, in andere Richtung Warte mal, ich kann auch einfach Warte mal, ich kann auch einfach Da rein, genau Ja Zeit sparen Da ist er ja Hallo Warte, jetzt bin ich ja... Äh, ok So Ähm Gut, das war schon mal, äh Gut Ja, was ist mit dem Portal da? Portal da ist ein bisschen doof Glaube ich Mal Willst du denn sonst noch machen? Oh Leute, geh mal nochmal in das Ding rein Hier, mit Cubix Hopp Und... ne Moment, hä? Ah ne, komm mal nochmal runter? Äh Und pack... Moment Jetzt geh da rein Ja, pass auf, hat Sinn Ja, ich warte Hallo Dann pack ich's nämlich da, die weiße Fläche, pack ich das andere hin Hm Mh Mh Ja, dann fliegst du rüber Und jetzt? Ah, jetzt muss ich auch noch rüber Ja, du kriegst das alleine glaube ich hin, oder? Ja, krieg ich auch, ja Ja, easy Jo Jo Los, spring Jo Hallo Moin Guck mal, wir könnten sogar wieder zurück Aber jetzt hier ist, ja, ich wollt grad sagen, jetzt trotzdem so ein Denk zum Zurückschliegen Ja, falls ich dir irgendwie helfen muss, oder so Ja, ich glaub, falls du aus Versehen irgendwie rüberkommst, obwohl du das gar nicht wolltest Ja Kannst ihr noch einen Test außerhalb des Standard-Testverlaufs abschließen? Uh Hey, das war doch die achte Kammer, wir müssen doch dann so eine Test-Gang gehen Ne, vielleicht haben wir auch 10 oder so, ich weiß es nicht Handgelenk knacken, ey Manchmal echt um Ja, kenn ich woher Piep 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 Nee, verstehe halt nicht watch Ich habe einen Klub não Und welchen Lied ist das eigentlich? Keine Ahnung Ja, jetzt kommt das mit denen Tet sk O.. Jo Ö Ärger nur Einen Verwaltungsfehle So Ähm Hier hat die Verwaltung Ah, Nitschke Okay Hier kommen noch mehr von denen, glaube ich, oder? Ja, lass mal dein Merk dir, dein gelbes Portal ist das Dings Kommst du? Ja, wir brauchen dein Portal, Nitschke Merk dir, du musst gleich das Rote hier immer hinsetzen, ne? Warte So Merk dir, dein Rotes hinten, genau Hier, das nächste Oh, fuck, fuck Hä? Achso, oh nein Guck dir das mal Was? Alter Das hätte auch schief gehen können Ja, ich habe nicht erwartet, alter Nee Ähm Ich glaube, du musst mitkommen Ja Ja, oder? Da oben Hm, ja, okay Ah Ähm Ja, das Rote muss ich immer setzen Ja, warte mal Hinter dir, hinter dir, auch von vier Hier, 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 hier Du musst da oben das Rote gleich hinsetzen Wohin? Wohin? Also, aber auf die, genau Genau Wo müssen wir jetzt hin? Komm mal Da hin Ah, könnte sein Warte Jetzt muss ich unser Warte mal Warte, mach das mal aus Nee, Moment Moment, 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 Moment Warte Ach, da Mal, wieso machst du das? Weil wir jetzt hier hinspringen können Du musst deins da hinstellen Ah Ja, wie soll ich da jetzt hinkommen? Ähm Warte, warte Ich kann, ich kann gleich ein Portal für dich setzen Ja, nee, warte Kannst du hier reinbringen? Oh, leu Iiii, ganz viele Roboter Tja Ihr solltet die Geschütztürme vermeiden Nein Kannst du gleich Hm Warte mal, warte mal, warte mal Kann ich mal, kannst du ja Ich muss vielleicht erstmal irgendwie wieder zu dir kommen Ja, klar, klar Ja, klar, 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 klar Ich bin der Ärzte Ja, klar, klar